dafür kriegst du ein schulchen ab mann ach so da können wir weiß ich mal kippel kippel heil mich würde ja kippel heil mary mary lass dich heilen dann mache ich das kippel heil mary mary high speed ultra krass move da guck da hinten das müssen wir eigentlich angreifen nicht den was ich doch da hinten gerade irgendwo drauf gehüpfen das hat abgezogen bekommen dahinten ja da oben da steht es ist mir neu erzählen vielleicht tankt ja damals eine special move ich probiere zusammen ist sehr voll lustig du hast recht oben zieht es ab und so was ab kannst du es auswählen ich glaube nicht doch oder ich bin irritiert auch dankeschön lecker bonbon ich würde 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 ich da oben pass auf knapp 200 euro gezogen knacken sache ich hätte das man das ganze zeit das machen müssen schon du bist überhaupt nicht gewissen haben wir wollen was zu doof zum scheißen der fall der sah weg na guck mal ja das jetzt aber es kommt mir die ganze zeit schon ich habe das schon mehrmals gesehen so und deswegen springe ich jetzt rein ja und vielleicht haben wir jetzt gekillt und jetzt kann man das ganz genüsslich und das ding ist natürlich auch sein aber übelst das ist die technische schnelles zombie das hört sich an wie die chinesische oder japanische version des zumbi boah was worden das jetzt für ein sauber feuerklinge hat der kraft runter nein folglich scheiße kriegt energie da kann ich keine andere klinge gegen kille das ist mies das ist ganz sagen wir sagen also soweit ich weiß muss man gucken wir doch mal dürfen zumindest jetzt weniger ausziehen oder keine energie sogar geben muss man jetzt beobachten da sie ist ja auch abgezogen sehr gut wir greifen das ding war da da oben an ich mache ich gebe energie glaube ich soll zu golden ist es gesehen habe ich nicht gesehen noch mal ja jetzt jetzt noch mal doch jetzt hier vielleicht heißt das aber auch weniger effektiv das heißt glaube ich energie geben aber grün ist doch eingeben ich weiß also leider schreibt eine kommentare wir werden es dann der part ist jetzt schon noch 24 minuten wir müssen sie jetzt leider mit einem kampf unterbrechen leute ein müssen wir nicht müssen doch weil es ist eine tue es einmal schneiden als zwei port ja hat hat eine spiel zu seinem tippt ja an der geeigneten stelle halt ja genau und das sind zwei portiere herzlich willkommen zurück zu einer weiteren runde letztes plötzlich oder zwei wir haben es leider verpasst euch zu begrüßen weil wir mitten im gefecht sind kling 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 mary auch ich würde jetzt nicht sagen die mother mary weil die mother mary die bloody mary genRock krieg ich gerne wenn du in einer nacht dreimal ganz laut in den spiegel sagt blöd dann steht seine mutter auf und sagt nach der city endlich ins bett und macht die badel zu also irgendwie geht es ja nicht also ich muss mein feuer spartlos loslegen auch wie kriege ich das weg was hast du ich kann nur auf den gegnern was machen ich kann ihn nur lang was kannst du machen ich könnte eine show ich kann mit nur schul jucken das kannst du ja ich zeig dir gerne auch mal oder mal das druckpunkt ich mache einfach mal ein druckpunkt vielleicht ist das druckpunkt das teil was nicht was die feuer angriffskraft ja da ich hab nur schul jucken ja okay ich habe einen weg von b ja man muss ein zweig sind wie so ganz 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 leicht siehst es auf der rechten seite ich blicke ja dann werde ich jetzt hier mein schul immer voller nein wir dürfen nicht wie bitte bedürfen wir nicht sprechen kommen sie erste post mal sind eine volle los oder man das jetzt schaffen definitiv irgendwie muss trotzdem ein schwert weg das geht so nicht ich muss das jetzt mal ich muss irgendeine item nehmen so kann das gerade ja ich habe es bringt einer erhalte status schwankungen mit bei ich nehme mal hier so kräuter ja genau ich hoffe es geht im prinzip ist es jetzt tatsächlich ein status vor allem ja eigentlich schon ja aber hier zieht ja richtig ab ich sehe es ja ich habe also gibt ein dafür ist das ein kräuter eine eier heilt an der schwelle und wir kämpfen genau nochmal vor allem ja anders geht es nicht mehr riechern australis wird wahrscheinlich so jetzt laufen ja das ist ja das kostet drei mps ja wir haben bietet nochmal geheilt werden die letzte heilung die letzte öl und das letzte jetzt kriegst du danach dann ja ich schon noch leber weiß nicht aber ich habe zu schätzt geheilt na grad solo nein das war jetzt voll die verarscheid letzten mtc es war jetzt voll die verarsche oder ja verarsche da sonst ist richtig eigentlich müsste ich sterben weil dann leute ich auch noch mal auf dann ist definitiv weg ja ich werde nicht angreifen jetzt bringt nichts ja wenn du nicht anreifen kannst kannst ja aber bei google suchen das zieht doch mal nach gelber start gelber angriffsdings heißt das ist eine idee nee da suche ich ewig das kann schon geben oder frau mal ein special beruf den anderen ja das klingt auch mensch mit dem skype ja da kann man hier mit kommentieren ohne dass man was sieht das wäre man das wäre ja wirklich mal kommentieren ja wir lassen dich sterben schon passiert ist wieder normal ja endlich wurde auch zeit du musst es nur sterben war doch ganz einfach und jetzt hast du wieder voller mp coole scheiße ja das ist ja übelst gerne also leute merkst du dir genau so dolle sache jetzt bekommst du doch von einer ja 1 und 1 irgendwas ja mal ich bin irgendwie bin ich toll gelben um mehr will lebensmose mir gerade mal so wie viel hat es 200 und dann auf einmal der märin geht ich konnte nicht lang weg und jetzt auf einmal der wir hatten da ist ja unnummern aber sind wieder geheilt weil sie das war alles umsonst wieder geheilt wird er tut sich da drin immer heilen ich habe noch nicht ganz groß mit dem gelben ja der hat jetzt weil da kam jetzt geld jetzt auch sagen irgendwas 400 irgendwas kann es machen schon wieder da auch so ein wichser es hat er das wieder gemacht sie steigt sich immer nee da hat mich jetzt wieder so folgen gegeben kunde ja und ich verstehe das nicht ohne scheiß wenn er so ein kreis macht müsst ihr bei rausgehen als den kreis haben schon gegriffen wie egal jetzt kannst du uns aber immer heilen weil du ja genau wenn das im kreis macht er durfte nicht in dem feuer auch drin sein dann verliert auch keine energie habt ihr seid ganz gesehen wenn es weil ihr in den feuerkreis drin bleibt also jetzt können wir ja zum angreifen also sie sind aber 17 ab in der krieg 17 ja genau ehrt oder die angeblich das war einmal scheiße das war jetzt auch die kamen und das war so eine coole animation dass ich dachte jetzt muss er doch eigentlich tot sein Nein! Warum? Ah, so ein Wichsvieh, Alter! Das war übelst schwer, ich weiß nicht. Fürbelwind! Fürbelwind! Doch, das geht! Die Special, die sind alle außer Kraft. Die Special machen ja eigentlich schon. Das ist okay. Ich bin schon überdötet, oh Gott! Wenn du dich nicht heilst, ist das klar, oder? Ey, du sagst mir das genau! Ey, du kannst doch selber Augen! Ne, es macht normalerweise so Ding Ding, ich hab auch keine Musik an. Ich hab auch... Ne, es hat doch nicht Ding Ding gemacht. Es hat erst kurz bevor du tot warst Ding Ding gemacht. Ja, super. Aber jetzt bin ich wieder normal. Sehr praktisch. Boah, jetzt hast du wieder einen, die mein Fucking Special machen, du fucking... So. Ey, aber jetzt dreht er aber ganz schön auf hier, ne, oder? Eicht! Oder? Jetzt mal alles, der drückt ganz schön auf hier. Nein. Oh, ich dachte jetzt auch schon, ey. Üh, mach keinen Mist, ey. Mach keinen Mist! Ja, mach keinen Mist! Bitte lass uns diesen Part! Irgendwie... Irgendwie... Irgendwie unter die Armee, du darfst du einstreifen. Jetzt hast du das... Ah, jetzt musst du raus, dass du den Feuer raus hast. Du kannst den Schwächen, Mary. Jetzt kannst du... Du hast jetzt Zeit zu zaubern. Fuck, was macht der jetzt? Zeit zu zaubern! Zeit zu zaubern! Zeit zu zaubern! Krieg ist wieder voll drin, Jürgen. Krieg du als Special, ne? Ja, ich warte aus, bis das Ding vorbei ist. Das kann auch, ne, denke ich auch manchmal irgendwie. Hab ich auch so ein Gefühl. Heil mich! Ja, ja, ich bin dabei! Heil mich! Du sollst mich, heil! Was soll ich? Heil mich! Was? Du bist ja fast tot eh! Ja, du musst ja... Ja, und? Ja, voll ins Leer! Ja, und? Ja, und ich hab auch getroffen, 150 hast du nicht gesehen. Äh? Ja, 150! Äh? Wirklich? Heil dich selber, okay will! Ich mach's! Mach's dir selbst! Jetzt kannst du reingehen! Jetzt kannst du reingehen! Heil mich danach! Ich mach's! Mach's! Mach's ihr! So! Aber ich... Ich steh' ich! Was lach' denn jetzt? Haha! Ich... Ich hab's selber nicht verstanden, deswegen muss ich lachen. Aber... Alles okay. Ich versteh' diesen zwölfjährigen Witze, versteh' ich nicht. Gut. Deine ist in Ordnung. Äh, schnell, was machst denn du da? Egal! Das ist der! Opa, nein, das bin ich! Nein, das bin ich! Nein, das bin ich! Ach so! Oh, jetzt komm an! Special! Special! Ich will den nicht schreien! Wird er nicht schreien? Es macht er wieder Feuer klingen, diesmal auf mich oder was? Ja! Ach so'n Arschblock! Ich greif ihn trotzdem an, das ist mir egal! Da kann ich mich nicht mehr Special aufladen! Ey, ist das schwer oder ist das schwer? Ey, der ist total Artcorer! Ey, der ist Artcorer! Ey, ist Artcorer! Ey, nett, dass wir hier sterben jetzt, ne? Ist auch schon, ey, ohne Scheiß! Alles nur bei Mary und India hergehen musst du! Ich hab gesagt, wir sollen noch mal runde gehen! Gib mir jetzt Honig! Ich bin mal so frech! Ich muss mir so frech! Ich hätte ja auch eigentlich können, aber noch gut! Hey, Mary muss wieder 5! Die muss natürlich wieder 909 rausnehmen! Ich muss erst mal 10 mal sagen! Ne, ne, du musst jetzt 999 rausnehmen! Ja, mach ich auch! Wenn der so sich ein wirbelt, dann können wir das Ding da oben angreifen! Ja, das stimmt! So will ich nämlich jetzt gut gehen! Jetzt wirst du auf jeden Fall dort! Und bevor du dort bist, mach ich nochmal, äh... Heil! Guck mal, der hat sich erst voll krass aufgeladen, dann schon wieder kurz rum bringen! Das ist so schlimm! Boah, es ist schwer! Boah, ist ja auch schwer! Das gibt's doch gar nicht! Übel! Hättest du irgendwelche Eiszauber... Keine Ahnung, was... Ja, Eiszauber! Das wär jetzt echt! Peek, du kannst super machen! Ja, aber auf was soll ich denn das machen? Ja, egal! Oben auf das Ding da! Ne, der macht ja automatisch auf den Gegner! Das ist ja das Problem, siehst du! Und dann macht er, weißt du, komm! Sieh mit Wörtchen! Ach, das ist ja ganz geschafft! Der tot! Ole, ole! Und dann fern wir wieder zur Seite! Hey, hey, hey! Und hey, wir sind nicht gestorben! Oh, nee! Nur ein paar Mal! Aber das zählt nicht! Das war zumindest kein Game Over! Jetzt nur so ein kleines Puff, oder was? Was soll denn der Scheiß? Das war ja übelst der mega epische Kampf von irgendwie 30 Minuten, 35 Minuten, war keine Ahnung, so war denn der Dreher, und dann macht er bloß Puff! Ich hab' Fee! Die Gottesbestien werden mit der Zeit immer stärker, na toll! Schnell zu den anderen sieben, äh, viel Spaß! Such die Dragon Balls! Hol sie jetzt zurück! Das, das wollte ich jetzt nicht schon, dass sie stärker werden! Ich wollte das hören, dass sie stärker werden! Weil wir jetzt auch überhaupt nicht mehr irgendwie ein Level Up gekriegt haben von diesem fucking Gegner, alter am Arsch! Jetzt, jetzt ohne Mist, na, das hab ich mir auch wenigstens noch hört! Komm hier! Das muss ich aber so einen Tomaten-Manier mit einem Schlag kaputt haben eigentlich hier! Das hat ja fast geklappt! Ja, fast! Trotzdem! Kein Level Up! Das gibt's doch gar nicht! Such die Dragon Balls! Hol sie zu dir, alter! Alter! Mit dem geilen Radar in der Hand schaffst du das schon! Wir müssen jetzt hier... 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 uns bei Spanchen gehen! Und vor allem Spanchen gehen! Können wir auch irgendwo aneignen! Können wir auch irgendwo aneignen! Das ist gleich schön! Ich hack dir den Kopf, zwei Jungs! Die spoppeln auch nicht gerade, so um die Ecke! Was? Das ist gleich hier oben! Etwas Stück noch oben und noch rechts! Andere und die Gegner angreifen groß! Guck mal wie schnell die Rienus tot gehen! Die sind aber so cool tot! Das sind so schöne Opfer! Die sind voll! Voll braun! Die sind die prallen Opfer! du opfer opfer mit völkers alter spricht kein er ich spreche lieber an der ende dazu ja genau weil ja ja genau ja genau ja aber abstützen war ganze kampf und sonst ist das ja mary hat ja recht mary hat ja recht okay wo rennst du hin weiß ich nicht noch nicht heute ist der heilige meiner tag wir haben ja so wenig geld ja aber wir müssen uns jetzt honig kaufen wir müssen uns neue schokies kaufen wir brauchen neue wundertausen alles müssen die märz auf dem tower das klingt auch scheiße 1000 1000 sasa mit einem motor 3d 3 einheiten hast du gespeichert ja klar habe ich gespeichert hast du auch die samen schon gemacht was für samen ja du hast ja als biest mensch hast du wieder samen dabei ist ja immer ich bin voll besamt heißt obwohl die krasse ist das ist ja irgendwie so ein kleines blatt wurde damit abwischen kannst da wo ich für da wo ich früher auf dem boden gewichst habe steht heute ein haus diesmal wie potent der ganze biesmann hier ist importen im boden kommen wir kaufen gleich noch ein paar schock ist mehr leute wir sind uns am nächsten part wieder wenn es wieder ist jetzt passiert auf meiner zweite deutsche übersetzer von den g-trans wir uns total voll gekauft haben wenn wir kein geld mehr haben weil wir alles für schock ausgegeben haben ja so wie im wahren leben hey so toll ja okay also macht's gut bis dahin und schausen tschüss tschüss